So, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Let's Play Together RuneScape. Ich bin die Nyasu, das solltet ihr wissen, das ist mein Channel. Und der neben mir, darfst du dich jetzt mal selber vorstellen. Sehr gut, ich bin das Saumir. Swiss Let's Play. Wuhu, Link gibt's unten in der Infobox. Da läuft schon wieder ein Spaß vorbei. Lass den doch laufen. Und der Goblin läuft auch wieder rum. Ja, der Goblin. So, du kennst das Spiel besser, stell das mal vor. Gut, das Spiel ist ein MMORPG-Spiel. Oh, das hab ich jetzt schon mal erwähnt. Nein, hab ich nicht. Ich bin verwehrt. Mach nicht. Okay, das Spiel könnt ihr jederzeit auf www.runescape.com spielen. Es ist kostenlos und, ja, Grafik höher als Crysis. Und ja, mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen. Ja, gut. Ist dir aufgefallen, dass sie die ganze Zeit ihre Oberkörper und ihre Köpfe drehen, wenn sie nichts machen? Ja, ist mir aufgefallen. Warum tun die das? Ich weiß nicht. Ist beunruhigend. Ja. Jetzt kommt der nächste. Hi, Ivan Kro... 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 Kroatel. Wat ein dicker Stab. Patrick Kotze. Patrick! Oh Gott, oder Patrick. Ach ja, wo wir gerade beim Thema dumme Namen sind. Genau. Ähm, während wir gerade so ein bisschen rumgetestet haben, kam irgendein Typ, der sich, ähm, er ist steif nannte, vorbei und hat mich ganz dumm angegraben auf sehr, sehr, sehr vulgarste Weise. Und nachdem ich ihm mindestens... Ich kann es bezeugen, ja. Geringfügig, ne? Und nachdem ich ihm mindestens genauso viel zurückgegeben habe, hat er gesagt, ja, Video demnächst bei YouTube. Falls euch diese beiden Charaktere hier also irgendwie bekannt vorkommen, wir waren es nicht. Also wir waren es schon, aber unbewusst. Genau, er hat nämlich nachher geschrieben, thanks for you watching. Ja. Schön. Und wir stehen jetzt hier sehr romantisch auf dieser Brücke. Ja, und wir dürfen nicht die Enten flittern, weil man kann hier kein Brot kaufen. Genau, und leider brenne ich nicht mehr, so wie vorhin, aber das ist jetzt unrelevant. Also, wir wollen jetzt zu dieser Arena gehen, hast du gesagt? Hab ich gesagt, und das machen wir jetzt auch. I'm from hell, das ist sehr beunruhigend, mein Lieber. Gut, äh, dann folgst du mir und, äh, also übrigens, sie hat keine Ahnung von dem Spiel. Sie versteht gar nichts, sie weiß nur, dass man klicken muss. Jetzt hat's grad geflackert, tut mir leid. Tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall ist es, es ist eigentlich ähnlich wie ein Click Adventure eigentlich. Naja. So, jetzt, wo müssen wir denn hin? Lauf ich in die falsche Richtung? Huch, jetzt warten doch mal. Ich wollte gar nicht so weit weg. Okay. Jetzt drückst du rechte Maustaste auf mich. Ja. Und jetzt drückst du auf folgen. Hui. Perfekt. Und ich, äh, wandere jetzt voraus, ganz gemütlich im Laufschritt. Und, äh, ja, dann gehen wir zur Arena. Und wenn uns jemand dumm anmacht, dann einfach ignorieren. Ich frag mich grad, ob ich Stiefel anhaben oder ob die einfach nur lange Socken anhat und ansonsten barfuß ist. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht's behindert aus. Ich hab grad irgendwie, jetzt hat's grad kurz, jetzt ist grad kurz das Bild eingefroren, aber jetzt geht's wieder. Das, ja, das, das, das ist, weil es lädt, es lädt. Und es sind grad so viele Leute da. Was? Es sind grad so viele Leute im Bild. Ja, das ist so. Und ich bin jetzt hinter nem, bisschen hinter nem Baum. Würdest du da mal bitte weggehen? Genau. Warte mal kurz. Ich drehe jetzt mal eben die Kamera, damit ihr uns wieder sehen könnt, so. Ja, ich höre mich grad doppelt. Ist das so? Was hast du immer für Probleme? Ich hör dich einfach. Ja, ich höre mich aber doppelt. Mach doch nichts. Gut, das machst du nicht. Gut. Wie viel Geld hast du? Äh, wo seh ich das? Du gehst unten auf den Rucksack, das Inventar. Ah, seht ihr, mein Inventar ist leer. Toll, okay, schade, dass ich mich mal auf meinem anderen Account spiele. Jetzt müssen wir bei Koblenz, Koblenz, Koblenz. Ein paar Goblins killen, damit wir... Warum lachst du mich aus? Wie gemein ist das denn? Ähm, damit wir... Geld bekommen. Ich habe genug und du nicht. Wieso hast du eigentlich überhaupt Geld? Ich dachte, du hast auch von Null angefangen. Ich hab ja auch bei Null angefangen. Aber wenn ich einfach vorhin Geld gesammelt habe, während du den Typen beleidigt hast. Ich hab den nicht beleidigt. Ich habe mich nur auf sein Niveau herabgelassen. Ja, das ist beleidigt, naja. Na ja. Gut, auf jeden Fall drückst du Rechtsklick auf mich und dann drückst du Handeln. Handeln? Ja. Annehmen. Perfekt. Ähm, jetzt gebe ich dir den Stock. Und boah, 773 Goldmünzen an dich. Wie krank. Und du gibst mir nichts. Das ist toll. Geil. Ich möchte sowas gern im Real Life haben. Gehe ich da jetzt einfach auf Annehmen? Ja. Hui. Und? Du bekommst nichts. Geil. Ähm, Annehmen. Yeah. Gut, jetzt drückst du einfach da drauf und dann hast du den in der Hand. Ich hab hier eine Schleuder. Huch. Wupp. Hui. Perfekt. Wenn das mal kein dickes Rohr ist, meine Lieben. Nein, jetzt sind wir schon wieder auf diesem Niveau. Ich muss damit aufhören. So, wo gehen wir jetzt hin? Wobei, das sieht aus wie so ein riesiges Wattestäbchen. Genau, wie ein Wattestäbchen. Ähm. Folge mir. Drück wieder drauf, dann drückst du folgen. Ja, ja, schon passiert. Perfekt. Warum hast du eigentlich so schwule kurze Hosen an? Warum höre ich mich doppelt? Kann ich dich genau zurücktragen? Die Hosen sind nicht schwul. Das sind so ein Nickerbocker. Das geht doch mal gar nicht. Die sind schwul wie die Sau. Schau die mal an. Die sind auch noch so hochgekrempelt. Kaprihose. Genau. Weißt du, das darfst du machen, wenn du irgendwie so vorhast, mal so ein bisschen durchs Wasser zu warten oder so, aber... Ja, dann zieht man meine sexy beharten Beine, weißt du... Ladevorgang. Bitte warten. Okay. Bei mir ist es nicht. Du läufst immer weiter bei mir. Nein. Ey, warum... Bist du immer noch im... Wofür habe ich eine 16.000er-Leitung, wenn das so... Wenn das dauernd am Laden ist? Ich hätte doch VDSL nehmen sollen. Ja, ein Goblin. Und I kill you. Und jetzt gehst du einfach auf einen Goblin, drückst einfach da drauf und dann tötest du ihn. Und da sind so viele Bäume. Ich muss jetzt hier mal eben... Ist es egal, welche? Oder gibt es da irgendwelche, die irgendwie besonders stark sind oder so? Sie sind alle deinem Niveau entsprechend. Ja, dankeschön. Nein, das ist nicht... Das war nicht vulgär oder beleidigend gemeint, sondern von der Kampfstufe her. Ach so. Ich habe wieder einen Luftstart bekommen, den gleich, den ich dir gerade gegeben habe. Und ich droppe da jetzt einfach immer so drauf, oder wie? Genau. Du musst nichts machen. Ach so, ich muss gar nichts machen. Die macht das von... Wenn ich einmal geklickt habe, macht die das andere von alleine? Ja. Und die ist sehr, sehr selbstständig. Und sie ist steif wie ein Brett, ne? Dementsprechend ist sie mir sehr ähnlich. Das bin ich nämlich... Ihhh, da hinten im Hintergrund ist schon wieder eine Spinne. Geht alle weg! Ich bin so eklig! Ah! Du bist eine Stufe im Fernkampf. Du müsstest mal Deadly Creatures spielen. Da spielst du eine Spinne. Ihhh, obwohl wenn ich eine spiele, muss ich mich ja nicht sehen. Oder ist der Third Person? Can you speak a little bit German? Yes, I can speak a little bit. German? Geringfügig. But... Ja. Hui, ich hab den Goblin besiegt. Und was hab ich jetzt bekommen? Äh, was... Liegt da was am Boden? Ja, das sieht aus wie so weiße Lego-Steine. Weiße Lego-Steine! Jetzt nindert's halt mit, du blöde Nuss. Das ist Knochen. Und was mach ich damit? Äh, gar nichts. Kannst du einfach draufdrücken. Knochen und ich hab hier irgendwie noch so... Ihhh, so Zeug. Sind da Spinnenbeine oder sowas? Ich hab keine... Ah, ich hab Goldmünzen gekriegt, also dann kann ich's dir handeln. Ist das ein Schleuder oder sowas? Ja, dann kann ich... Ih, das sieht hier aus, hier im Inventar aus wie so Spinnenbeine. Das ist voll eklig. Gott, ist das voll eklig. Komm mal her zu mir. Wo bist du denn? Hier. Sag nicht hier und wenn du hinter so einem Baum stehst. Warte, auf der Mini-Parte, auf der Mini-Parte, auf der Mini-Parte bin ich grün. Ah, 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 Todeska, jetzt hab ich dich. Also, drücke auf mich und drücke handeln. Ja, was geb ich... Oh, oh, ich hab mir da falsch... Die Tast aufgelöst. Moment. Ähm, handeln. Yeah, und jetzt? Okay, jetzt gebe ich dir Geld. Warte, ich muss, äh, X anbieten. Und zwar gebe ich dir mal 8. Dann hab ich nachher noch 10. Jetzt brauchst du noch 2 Goldmünzen. Oder ich such dir die, wie auch immer. Du musst es annehmen. Wie ist das denn mit meiner Energie mit aufladen und so? Ist die nach jedem Kampf wieder voll, oder? Das setze ich einfach von alleine auf. Ach so, also wir müssen jetzt nicht hier noch irgendwelche Tränke kaufen oder sowas. Nein. Gut. Und es sieht immer noch aus wie ein Wattestäbchen. So, wo gehen wir hin? Äh, du brauchst noch 2, ähm... Äh, warte, wie heißen die? Einfach nur Goldmünzen. Also mach ich noch so einen Goblin-Tot? Ja, mach einfach noch Goblin... Ich mache Spinnen-Tot. Ih, ja, mach das bloß. Ich mach das nicht. Ich bleib da auf Abstand. Ighit. So, da hinten. Huch! Wo ist das Bild? Ey! Oh. Sorry, war jetzt gerade mal schwarz. Ah, ist ja nicht so schlimm. Jetzt ist gerade wieder schwarz. Das ist die blöde Werbung im Hintergrund. Äh, ich hab wieder Geld. Ich kann's hier gerade überreichen. Nein, ich kämpfe jetzt gerade und ich glaube, ich bin jetzt gleich tot. Ne, bin ich doch nicht. Das war jemand anders. Zu viele Energiebalken auf einem Bild. Äh, du bist wirklich gleich tot. Ich sehe es. Nein, ich rette dich. Bin ich nicht, er ist doch schon weg. Ah, sehr gut. Okay, ich hab jetzt noch Geld für dich. Drücke wieder. Handeln. Das musst du jetzt erst ja... Es gefällt mir, dass hier irgend so ein Kerl ist, der die Spinnen für mich wegmacht und mir Geld gibt. Ich komm mir so auf vor, als würde ich mich aushalten lassen. So, pflücken, Maiglöckchen. Oh, ich will Blumen pflücken. Oh, jetzt drücken. Ich mach ja schon. Dann handeln wir später. Ich hab jetzt auch gerade Maiglöckchen. Ich kann das in die Hand nehmen. Schau mal, wie süß das ist. Ich kann es in die Hand nehmen. Weißt du, was da steht? Wie krank ist das? Schau, du gehst unten auf die gekreuzten Schwerter. Da steht, als Waffe, Maiglöckchen, Kampfstufe 3. Nein. Ja, doch, das steht da. Okay. Das ist ja schon ganz schön... Huch. Ominös. Okay, wir kommen jetzt mal... Ich schlage dich mit meinem Maiglöckchen, bis du blutest. Willst du so einen Hammer haben? So einen Hammer, mein Lieber. Sprich, willst du einen Duden haben? Vielleicht soll... Ja, gut, komm. Wir nicht sprechen... Ja, genau, das sollten wir vielleicht noch sagen. Könntest du mir jetzt folgen, bitte? Ich dachte, wir sollen mit dir handeln, du Sack. Entschuldigung. So hast du mir alles... Das war so ein Reflex. Ähm, sie beleidigt mich immer. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich beleidige nur die, die es verdient haben. Warum akzeptierst du schon? Ich hab doch noch gar kein Angebot gemacht. Das war auch so ein Reflex. Hier bitte, zwei Goldmüns. Jetzt hast du zehn und jetzt folgst du mir. Ja, ja, jetzt nicht so hektisch. Dann geht das bis, liebe Leute. Ähm, wir spielen, also wir spielen für uns und nicht mit den anderen. Könntest du mir jetzt... Ja, bravo. Ja, ich wollte ja schon, Mensch. Oder es ist doch so. Immer diese Hetze. Ich musste mir doch die Nase pudern. Du müsstest mir zustimmen. Was? Äh, okay. Stimme mir bitte zu, dass... Ähm... Du und ich uns auf uns konzentrieren und nicht mit den anderen Spielern reden. Selbstverständlich. Die interessieren uns nämlich nicht die Bohne. Genau. Ohne auf gut Deutsch. Sie interessieren uns einen Scheißdreck. Das hast du gesagt. Das hab ich gesagt. Und du willst mir was von Niveau erzählen? Das hat sich aber nicht auf dich bezogen, sondern auf den Garten. Oh, ne Eule. Wo ist ne Eule? Ach, die ist schon wieder weg. Zumindest bei mir hier. Jetzt drückst du... Jetzt drückst du auf das Tor. Einfach da drauf drücken. Auf was? Auf das Tor. Da, dieses Tor. Mit den Wachen herum. Ach da. Ja, Moment. Bei mir war gerade ein Ladebildschirm. Ja, bei mir auch. Kann ich durch dieses Tor gehen? Sie müssen 10 Goldmünzen wegzollzahlen, um hier durchzukommen. Okay. Ich zahle. Das musst du drücken. Ach so. Ich muss gar keinen Streit mit denen beginnen. Okay. Ich bin im Ausland. Ja. Falls euch übrigens meine Figur bekannt vorkommt, dann freut euch einfach, dass es so ist. Ich gehe außen herum. Hä? Nein, 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 nein. Drück. Drück. Geld. Geld. Ja, das wollte ich eigentlich auch, aber... Irgendwie... Hab ich was verkehrt gemacht. Okay, ich zahle. Ah. Ich bin so toll. Nein, bin ich nicht, aber... So. Geht jetzt rücker. Auf mich. Oh, Kakteen, wo bist du? Muss ich dir schon wieder folgen? Ja. Oh, guck mal, das Wasser geht. Du weißt, wo du hin musst. Dann gehst du alleine. Nein, du weißt, dass ich das nicht weiß. Ich weiß, ich will dich nur blamieren. Ja, toll. Fuh. Ah, ich will das. Oh, Kamele. Ja, das sind die kleinen Dinge im Leben, die mich glücklich machen. Jetzt lädt er gerade wieder. Und oh, jetzt haben wir auch wieder Bild. Und das ploppt so geil auf im Hintergrund, wie in so alten PS1-Spielen. Das waren noch Zeiten. Okay, das hier ist die Kampf-Arena. Warnung. Ich muss jetzt mal eben die Warnung vorlesen. Klar. Sich zu duellieren ist ein ehrenwerter Zeitvertreib. Wenn jemand ein Duell auf irgendeine Art und Weise verlässt, ohne oder mit Absicht, verliert derjenige sein Duell und seinen Einsatz. Ausnahmen gibt es nicht. Das mal so am Rande, ne? Genau. Und jetzt? Jetzt folgst du mir wieder. Ach. Gut, und jetzt nimmst du einfach nur... Nee, nee, nee. Ich zeig dir, was du machen musst. Das ist ganz leicht. Ja, das werd sogar ich verstehen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht anheuten. Ach, der ist noch ne Spinne, aber das ist noch ein Busch. Okay, gut, jetzt drückst du rechtsklick auf mich drauf. Dann drückst du herausfordern. Ja. Und fertig. Freundschafts-Duell oder normales Duell? Wo ist denn da der Unterschied? Freunds-Duell. Oh, scheiße, ich muss mich mal eben anders hinsetzen, mir ist der Fuß eingeschlafen. Ja, ich setz mich jetzt gerade auch anders hin. Das ist so häufig der Fall. Und dann schläft mir immer das Bein ein. So, Freundschafts-Duell, Herausforderung. Jihau. Ja, warte, Herausforderung. Das Wattestäbchen gegen das Maiglöckchen, das ist so geil. Kämpf bitte mit dem Maiglöckchen. Ja, ich kämpfe mit dem Maiglöckchen. Keine Fernkampfwaffen. Ich geb dir weiterhin überhaupt nichts, wenn wir tauschen, wenn du weiter mit dem Maiglöckchen kämpfst. Ich kämpfe mit dem Maiglöckchen, genau gleich. Keine Aufgaben, keine Getränke, keine Nahrung, kein Gebet, keine Bewegung. Okay, na, das ist doch. Was ist denn kein Gebet? Äh, das, das, da kann man sich dann so, äh, Leben zaubern und solches Zeug. Du liebe Zeit. Annehmen, du musst auch noch an, 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 annehmen drücken. Ah, ah, pfff, kann nicht mehr reden. Ach so. Was sind denn Spaßwaffen? Äh, das wäre zum Beispiel ein Maiglöckchen. Das ist so geil, aber es passt zu deiner Hose. Ah, genau, schwul. Das hast du gesagt. Ja. Also, annehmen. Okay, annehmen. Und wir fighten. Das machen wir jetzt auch von alleine, oder? Ja. Und wir, okay, kämpft. Ich mit dem Maiglöckchen. Sie mit dem Wattestäbchen. Mit dem Wattestäbchen. Mit dem Wattestäbchen. Tut mir leid. Oh, wenn ich verliere, dann blamiere ich mich. Du kämpfst mit Maiglöckchen. Hahaha. Wie krank ist das, bitte? Ich weiß es nicht. Schau mal, wie viel ich die abziehe. Wie krank. Und sie ist voll langsam. Bis die mal mit ihrem scheiß Stab ausgeholt hat. Frauen sollten einfach keine Stäbe haben. Die können damit nicht umgehen. Ey, das macht überhaupt nichts. Guck mal, wie... Immer wenn die ausgeholt, kommst du mit deinem scheiß Maiglöckchen daher. Das löte dich mit dem Maiglöckchen. Wie geil. Das ist überhaupt nicht geil. Das ist geil. Ja. Weiß jemand, was Maiglöckchen auf Englisch heißt? Nein. Weiß aber auch gar nichts. Ich hab erst seit einem Jahr Englisch. Ach so. Was hast du vorher gehabt? Französisch? Äh, nein, italienisch. Du liebe Zeit. Ja, toll. Äh, das ist voll aus deinem Hillkrankenhaus. Guck dir mal die siffigen Betten an. Silent Hill. Okay, gut, machen wir nochmal eine Herausforderung. Komm, herausfordere mich nochmal, natürlich. Du bist dein scheiß Maiglöckchen weg. Lass mich in Ruhe. Jetzt warte nochmal. Boah, wie viel Feuer. Komm, stell dich nochmal rein. Das machst du auch so gern. Und naja, äh, nimmst du mich gleich nochmal an, wenn du willst. Ja, mach ich. Dün, dün. Epic, 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 epic. Ja, ich nehme gerne an. Dieses Mal kämpfe ich ohne Maiglöckchen. Kein Fernkampf, keinen Nahkampf. Okay, na, das geht nicht. Keine Magie, keine Spaßwaffen, keine Aufgaben, keine Getränke, keine Nahrung, kein Gebet. Äh, Hindernisse weg. Annehmen. Oh, das Maiglöckchen raus. Ich kann mein Ding jetzt auch nicht nehmen. Ich weiß. Kämpfen wir jetzt mit bloßen Fäusten? Ja. Ja, dann Ausrüstungsfeld. Ah, so. Okay, jetzt musst du, warte, ich nehme nochmal an, Herausforderung annehmen. Freundschaft, Suel. Okay, nee, äh, frage mich nochmal an. Ach, machen sie es mir doch nicht so schwer. Okay, kein Fährkampf, keine Magie, keine Spaßwaffen, keine Aufgaben, keine Getränke, keine Nahrung, kein Gebet, keine Bewegung, kein Hinten. Okay, Bewegung an. Wie viel Mal habe ich jetzt das schon wiederholt? Ich weiß es nicht. Was? Achso, ah, okay, verstehe. Jetzt akzeptiere es. Perfekt. Ah, nee. Ah, ich darf, glaube ich, sogar meinen Stab behalten. Was? Und ich ohne den Stab gegen dich? Oh mein Gott, ich renne einfach nur weg. Ciao. Feigling. Fangen, fangen, fangen. Du hast mich mit deinen scheiß Maiglöckchen besiegt, was auch schon irgendwie total unanständig ist. Nein, nein. Schau, bei dieser Falle, da kannst du raus und aufgeben. Die Frau verfolgt mich und schlägt mich mit dem Stock. Das ist geil, sowas wollte ich schon immer mal machen. Aber im Real Life kann ich nur sehr langsam rennen. Außer wenn mein Bus kommt oder so, dann geht das. Okay, gut, ich stelle mich dem, äh, was weiß ich, und kämpfe wie ein Mann. Mit Maiglöckchen. Nein, die hast du ja leider nicht mehr. Wie ein Mann in Kniebundhosen. Wir haben auch einen Stab, jetzt schlagen wir uns mit den Stäben. Das sieht aus wie in irgendeiner komischen Psychotherapie. Mit welchem Enthusiasmus. Die stehen da steif wie ein Brett da und kloppen mit diesen Stäben auf sich ein. Ja, du bist gleich wieder tot. Woran liegt das? Klicke ich zu viel. Schau, ich trete dich jetzt. Oh, ich habe irgendwas abgewehrt. Und ich bin gleich schon wieder tot, aber diesmal hast du weh, ist es nicht mehr ganz so viel über. Na, jetzt mach halt du Schnäpfe. Ne, blöde Kuh. Jetzt muss ich gleich wieder in dieses gruselige Silent Hill Krankenhaus. Wenn du mich jetzt noch zweimal triffst, dann bin ich tot. Nein! Boah, wie knapp! Wie, ich habe verloren! You lose, continue. Nein. So, wir haben jetzt schon 21,5 Minuten. Ah ja, dann beenden wir hier, oder? Ja, würde ich einfach mal sagen. Gut. Jetzt haben wir genug Unflug gemacht. Das war irgendwie ein Spaßpart. Ja, total. Aber das war ja auch irgendwie nur so die Aufwärmphase oder so. Ja, mhm. Mach mich nicht nach! Mach mich nicht nach! Sie macht Feuer vor deinen Füßen. Und stell dich da rein! Vielleicht war ihr kalt unterbrocken. Oh, stell dir das vor, das ist eklig. Okay, gut. Auf jeden Fall. Ja. Wünschen wir euch allen noch einen schönen Abend. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und es flackert, verdammt. Tschüss! Ja auch. Tschüss!